Hallo, jetzt haben wir mal die Leute vom Zirkus, Zirkus, Querspiegel. So, jetzt erzähl mal. Also, wir sind Alex und Kai von Zirkus, Querspiegel. Wir haben für euch morgen um 14 Uhr in Schwäbisch-Gemünd ein Autokorso organisiert. Wie man sieht, gegen die Corona-Verordnung. Und Start ist 14 Uhr, Schießtalplatz in Schwäbisch-Gemünd, Schießtalstraße. Gebt einfach Schießtalstraße in euer Navi ein, dann wird er automatisch hingeklotzt. Geht 50 Kilometer über die ausgebaute B29. Wir drehen in Endersbach. Jeder von euch kriegt hier so eine hammergeile Flagge von uns kostenlos gestellt. Kommt zahlreich. Wir freuen uns. Gut. Habt ihr irgendwie nur so einen Kanal, so einen Telegram-Kanal oder sowas? Jawoll. Guckt mal auf Telegram unter Zirkus, Querspiel findet ihr unseren Telegram-Kanal. Da gibt es immer neue Infos zu unseren Demos, zu anderen Demos. Okay, vielen Dank für die Info. Ich hoffe, dass wir uns weiterleiten. zirkus. Bis zum nächsten Mal.